Hallo und herzlich Willkommen zu Simple Magic mit dem Chris Alter! Hallo! Was ist das denn da so fucking einfach? Genau, also ihr könnt das quasi von gestern auf heute gleich durchlaufen lassen Das ist eins selber Runter gesprungen? Ja, ins Wasser Du hast doch meine ganzen Fackeln, Alter Ja warte, ich schmeiße welche runter Fackeln muss halt da Ja, ich muss ja hier runter, ich muss auf Höhe 15 Äh, auf Höhe Also halt auf jeden Fall noch weiter runter wie hier Jaa Der rackt dich voll weg, Alter Wir haben Wasser gegen die Viecher abgefahren Ich hab ihn weggerackt Sau Oh, ich wollte... Jetzt wollte ich eine Karotte an die Wand setzen, um Licht zu haben Ja Ne, hier ist Scheiße Wir müssen noch ein bisschen weiter runter Alter, ich will Lapis Ist das Level 30 geworden ist oder was? Ich bin Level 35 Alter Hm Scheiße, die Spalte geht aber noch nach oben Wenn wir da runter gehen, ist in die Richtung hier drüben Lava Hast du einen Eimer oder das? Nein Nö Ähm Ich hab Preise, ich freue mich um den Quatsch und ich habe Äh Äh Okay, lassen wir irgendwie in die Richtung da drüben Aber wenn wir nämlich auch ein bisschen runter gehen, ist nämlich in die Richtung der Lava Unten Ja, und dann fällst du wieder rein Ich fäll da gar nicht rein Ich fäll da gar nicht rein Geht schon kaum So, warte mal in In die Richtung Erstmal Licht machen Ich will Lapis Mann Nicht Redstone, Lapis Das Level ist eigentlich seltener wie die Redstone, ja ne? Ja Weil Redstone finde ich gerade ganz schön viel Ich muss immer ganz viel Closestone draus machen So Buddelst du dich eigentlich hin? Was? Buddelst du dich denn hin? Äh In die Richtung von der Lava da vorne Ich buddel mal hier lang Gerade aus vor das Lava In die Richtung wollte ich jetzt eigentlich gerade mal Ja, ich buddel hier lang, weil die Lava viel näher ist Ja, dann buddel du zu der Lava, ich buddel zu der Lava Bisi, gleich Lava ist gefunden Echt? Wie viel? Weiß ich nicht, ich sehe nur einen Block Hyhyhyhyhy Ach? Hyhyhyhyhyhyhy Ill top Oh yeah Was schweiß ich denn jetzt raus? Äh... choirzblock 28, easy sind drei blöcke zwei habe ich zu hause ich brauche also müssen noch einen ein lapis vorkommen finden geile sache geil komme ich endlich in meinem quest weiter vor allem buddeln dass ich direkt erst mal auf lapis drauf zu weiss kannst ja auch ja das wird der x-ray an hier ist ein paar botanierblumen happy botanierblumen was findest du alles hier unter tage alter was denn warte mal hier müsste jetzt irgendwo lava kommen auf jeden fall schon mal kohle okay irgendwo hier vorne müsste es keine lava anfangen klaus torpitz boah alles klar da ist es doch ist auch geil ich habe die lava gefunden und habe nichts zum zubauen so wool of a bad brauchen wir nicht mehr dafür nehmen wir koppelstunden was denn lava halt was hast du in der lava gefunden gold gold ist hier um die laberung kein keine höhle ich bin an der spalte echt ich bin hier auf lava gekommen da ist nicht mal ringsum eine höhle wie ätzend ist das denn da kommt noch mal zu mir da bin ich gleich auf dem weg das ist ja voll ätzend ui ich habe labers gefunden das müsste reichen wo ist du denn labers? hier oben Achtung Mumie Hellboy das ist gesehen da habe ich es gesehen da habe ich gerade schon einmal selber gezweifelt da habe ich gerade schon einmal selber gezweifelt easy oh ja das reicht auf jeden fall okay wir können nochmal einen Heiming machen easy jetzt sind wir schon mal hier ne reicht ich will Terras deal du wohl nicht doch aber wenn wir schon mal hier sind ja aber mit dem Terras deal kann man noch viel einberater sag mal du hast doch platz ne ne ich bin voll dann kannst du das mit der ja ziehen okay easy ja wir haben endlich mal lapis ich freu mir ich freu mir das halten wir nur irgendwie tschüssn okay wir sind nur irgendwie wieder zurück in dieses scheiß ding da oh man blödl so ach guck hier ist eine Eisentür hier waren wir schon mal haha okay der Ausflug hat sich doch gelohnt easy da will ich jetzt nicht rein jetzt hör auf irgendwelchen scheiß abzubauen den ich mit mir bitte ziehen so okay muss ich noch mal gucken wo es jetzt hier weiter hoch ging oh da tut er da okay unten ist nix mehr ist mir egal ich bin auf dem Heimweg mir wurscht was du machst achso ich habe alles was ich brauchte oh war der zombie ah du schulest okay das wird jetzt mal eine Eisenrüstung wer der zombie rack'n weg vielleicht droppt er die ne hat ne Schafe dort naja der will 36 ey ja und es ist dunkel will ich ja nicht da unten gehen es wird das ist ja nochmal der erste Tempel den wir jetzt komplett geplündert haben da gehts nach Hause mir egal ich will nach Hause aber ab Skelett ich interessiere mich jetzt nicht für euch ich will nur nach Hause achto ja ey was ich alles habe mit mir mitziehe oh alu akba ich ziehe voll viel scheiß mit mir mit komm sprich hoch die UFOs sind aber auch geil beleuchtet muss ich sagen hm 400 m noch Laufkeule so wenn ich da irgendwo reinfalle und sterbe 1 geduld ich habe jetzt keinen bock mit dir zu spielen au Aschloch nein Mumie mit dir möchte ich jetzt auch nicht spielen ich bleibe nur nach Hause so bmm du bist hm du bist Du bist als wir aufm Weg dah Hause ja also als wenn ich dah Wahse bin mach ich es hell oder soll ich es kunglimuson maxis heller ja oder dunkel oder nein 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 du bist doch ohne den gente abbildzinde kreiber ne ich lege mich dann gleich hin Mandный Terrasstil kann rück näher. Habe ich glaube ich auch noch nie hergestellt Terrasstil, oder? Mann, diese scheiß Fragmente. War das die Stelle, wo ich schon mal war? Ja, hier hab ich das Ding geholt. Aber mit dem Fluss ist es echt geil gemacht, dass der Fluss fließt. Echt cool gemacht muss ich sagen. So schnell nach Hause und dann schlafen. Also ich bin gerade bei den Kühen schon. Ich bin zu Hause angekommen. So, easy. Und ab in die Haier. Oh, hier fliegen die ganzen Sachen noch mit drum rum. So, ist wieder hell. So, okay erstmal ausmüllen. Zack, 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 zack. Jetzt mal alles schön reinmüllen da und dann können wir das später wieder aufräumen. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Ehm. Future Orb. Ja, bring bitte mit. Das ist ein Skillpoint. Und nicht in die Hand nehmen und rechts fliegen. Einfach nur mitbringen. Weil das gibt mir einen Skillpunkt, wenn ich das in der Hand halte und dann rechts fliege. So. Okay, also Living Rock haben wir. Dann brauchen wir Labelslazli-Blocks, sieben Stück. Hm. Zwei von diesen Fragmenten. Im Ernst. Im Detlef? Wo sind die zwei Labelslazli-Blöcke? Weiß ich nicht. Ach komm, Alter. Ich hab sie nicht gehabt. Ich hab sie dir gegeben. Ich hab sie nicht gehabt. Ich hab sie nicht gehabt. Ich hab sie nicht gehabt. Wo die da dann? Toll. Die sind weg! LOL Hä? Möcht ich vielleicht draußen in der Kiste liegen? Och! Die hätt ich jetzt so raus gedacht Ja, durchaus! So, Terras-trial-ak-k Kann doch nicht wahr sein hier, ey! Terra Findest du nur zwei von diesen Fragmenten hier im Tempel? Ach du Scheiße! WTF, was muss ich denn alles craften? Ja, viel Spaß! Rune of Air, Rune of Fire, Rune of Mana, Rune of Earth und Rune of Water Easy, Alter! Ich brauch jede Rune einmal Ach, schläg mich doch schwer am Ärmel, Alter! Fuck crazy, ne? Hm Ich hab alles gar schwer gedacht Boah, Tempel ist jetzt komplett weit Aber ausräumen dann zum nächsten So So War ich jetzt hier schon rüber? Block auf Mana, hätten wir schon mal Na, war ich auch schon Terras-s Ich hab keine Rohrfläche So Die Labelsblöcke haben wir Ah Beinheit Den Block hab ich auch Labelsblöcke haben wir Den Block hab ich auch So So Okay, jetzt brauch ich die ganzen Runen Rune of Summer brauch ich wahrscheinlich nicht Rune of Air hab ich gelesen Rune of Earth Hab ich gelesen Rune of Fire Rune of Water Und welche war es noch? LOL Also Rune of Water Rune of Earth Rune of Air Und Fire Okay, ich brauch nur noch die Rune of Mana Pass auf, jetzt nur noch Oh, haben wir noch eine Enderpearl? Weiß ich nicht, ich glaub eher nicht Eine Enderpearl und Zwei, vier, fünf Terras- äh Mana Steel Ingots Alter, im fucking Ernst ey Ja Was ist denn was dazu noch? Ich sag dazu gar nichts mehr Ich hab alles bis auf diese scheiß Mana Pearl Kann ich die irgendwie herstellen? Ja, mit einer Gasträne War das mal oder? Ja, aber nur Alchemie-Katalyst Ähm Genau, ne Hab ich noch nicht Achso, doch nicht, hab ich doch Haben wir eine Gasträne? Ich meine Ich hätte einen Gast schon mal geklatscht und einen schon gedroppt gekriegt Meinst du? Ja Wie wird das denn geschrieben? G-H Nee, nee Ich bin ja irgendwo in deiner geheimen Kiste raus oder so Die Karte aus dem Kiste ist hier, ich weiß nicht mehr Die da oben ist Die da oben ist Die aber Tonkopf Oh, hier ist keine drin Ja Hier oben ist auch noch eine Ja Ist auch keine drin Achso, die Hast du wahrscheinlich schon vergessen, ne? Nee Scheiße Ach komm Bist du grad dunkel? 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 Ja, ne? Oder? Hallo, ist grad Mittag, verdammt Ach man ey Du brauchst die doch nicht zu füttern Scheiße einfach der Blume da was hin Ich fütter die selber Scheiße einfach der Blume hin Die Blume füttert auf die effizienter Einfach hin droppen der Blume Ich fütter die Winsel auch alle Toll Ich brauch ne Enderpurge Ich brauch ne Enderpurge Musst du dir eine besorgen Besorgst du mir ne Ne Gasträne? Ja, alles klar Warte mal kurz Oh, geil Blauer Blauer Skillpunkt Easy Okay, die haben wir wieder ein bisschen Touch Dick Place Block Light Dick Was gibt's da noch mehr? Binding Rift Charm Place Block Wizard Anton Blow Harvest Plants Binding Feder Touch Mining Power So Jetzt muss ich mal gucken was ich eventuell hier noch machen kann So Habe ich Äh Migeeten Migeeten Buch mit ner Feder Habe ich Keine Ahnung Du weißt ich nicht Book Book & Quill Brauchen wir Paaren wir nen Inksegg Wirst man theoretisch haben Buch und ne Feder Ne Feder Inksegg Und nen Buch Bücher hab ich da hin Ähm Hallo ich hab sogar solche Dinger fertig Halt auf jetzt Ich mach jetzt meinen ersten Zauber Ich töte bestimmt irgendjemanden jetzt Ich weiß es Ich töte bestimmt irgendjemanden jetzt So Feder Name Inbar Ne Fatality 1 Touch Dick 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 Light Dick Light Und was mach ich jetzt mit diesen Dingern Das weiß ich selber noch nicht Easy So Ich brauch einmal Blank Rune Einmal Windham Einmal Feder Einmal Raw Fish Einmal Clay Orange Rune Einen Eisenschaufel Einen Eisen Pickaxe Und ne Weiße Rune Alter Da Das dauert nur ein bisschen bis ich den Zauber kann Hehehe Siehst du Ey Aber ich hab schonmal gelernt Schau mal ich hab schonmal mein Buch dahin gelegt Ich muss nur noch ein Opferritor machen Dann hab ich nen Zauber Alter dann kann ich dich alle wegwacken Ja Ich brauch's Ey Ich brauch's nicht als Opfer Easy Schau Wenn wir das Haus betreten ab sofort immer hier ne Guck hin Ja Waffen müssen draußen bleiben Hehehe No Blecken Gut ich will was sagen wenn es euch verändert Dann Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal Tschüss Sehr so viel